Ich falle nicht mehr! 10 zu 4! Schwein Schwein Meirel! Michael Scher in seiner Profikarriere gewohnt. Ein Schweizer Meistertitel und ein Entenkel an 5. Für mich hat es nicht gelangt. Meistens ist er nämlich für andere gefahren als Helfer. Oder wie man in seinem Fall sagen müsste, als Edelhelfer. Ich war immer zufrieden mit dieser Rolle. Ich habe meine Glücksehrlichkeit gefunden in dieser Rolle. Wenn ich jetzt zu rückschaue, die grossen Sieg wie ein Tour de France mit einem Cadeleven, das Gesamte zu gewinnen, mit Gelb auf Paris reinzufahren, das sind die Momente, in denen wir bleiben. Und von dort her habe ich nie etwas vermisst. Der Luzerner hat es auch so weit gebracht. Elfmal ist er für Tour de France nominiert worden, auch weil er seine Rollen als Helfer perfektioniert hat. Dass du immer nach dem Hintermatt denkst, dass du wirklich das letzte Händchen im Rucksäge bist. Und was wir heute haben, ist, dass die 110% und das ist jetzt das letzte für den Branden. Du bist hier in der Tour-Direktion, du bist hier in Paris-Roube, du bist überall, die Wolken, die Schreiber, die Männchen, die Männchen, die Männchen, die Männchen, auch in finanzieller Weise. Die Tour sind Helfer gut gezahlt, Ebenhelfer sowieso. Und wenn es so rumläuft, dass die Branche mit der Fisch, die Männchen, die Männchen, die Männchen, die Männchen ist separat, die Zilch und Bezogen... die Ronaldo!, die Männchen, die 사람들 in hazeln. Danke, die liebe Zilch